Küste hatten wir heute noch gar nicht und Küste ist in Moslein jeden Abend. Und damit halt oderseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Die Sonne scheint ja. Die Herausforderung habe ich ganz vergessen. Vorsicht mit den Kontaktgranaten. Ja. Vor allem beim entschärfer. Ich war ja nicht hier. Ich weiß, das war auf Wittschlaf, Wolkenkratzer. In dem Hauptschlafzimmer. Auf Wittschels, Wolkenkratzer. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Das musst du vorher sagen. Wunderschönes Böses, auch wir sind bereit. Oh, Jägerhurt ist den Schritt gegangen. Hm, drei. Jetzt nicht mehr. Jetzt voll tidig. Dann können wir beruhigt losspielen. Das wärst wie Ubisoft, dass die Partie jetzt mal kurz pausieren würde, bis die fertig geladen und den Apparator bekommen haben. wenn da mal nicht der fuse ankommt wir haben so 4 wie hat er mich denn sehen können von das ich verstehe das nicht aber wie er mich so sehen kann vielleicht hat er keine munition mehr was war die nicht gerade um die ecke die gegner hat meine bombe lokalisiert schützt sie letzter verbleibender gegner ist die kali waffe nebenwaffe war das gerade die kali nebenwaffe mal hingucken wir sollten das mal noch so machen dass man sieht wer einen rauswerfen kann dann hätten wir uns rück rauswerfen kann gezielt den bereich sichern die bomben weiter schützen ich mache die luke zu die gegner haben eine bombe verteidigt was wer macht nur so beschissen auf die einladung der aus dem kameras kaputt die karl die drunter bei der blauen bar drin du bist bei mir küche ist jemand wasserpfeife habe ich jemanden noch jemand wasserpfeife ja küche küche kommt jemand sonst hat mich noch scheiße sitzt bei uns drin so ein aufgangsbar durch die wand nur noch ein gegner übrig da sind wenn er war nicht nur noch vier gegner wir müssen eine bombe auf irgendwo ist was aufgestanden na hinten so ein aufgangsbar entweder tür oder das fenster zur küche dann kommt er mal geht grad nicht einsatz in zehn sekunden fünf sekunden gelangt zu der bombe und entschärft sie haltet nach anderen ausschau entschärfer muss zurückgeholt werden entschärfer ist jetzt gesichert ich lade nach Aquarium ist jemand raus Aquarium oben offen hübs ich blente mal macht das entschärfer ist online und aktiviert vorsichtig mit granate aua kamerafrau in der bar blauen bar liegt da rum auf dem boden einer kommt jetzt ella in die blaue bar rein vom büro aus kommt zu euch zwischen die wände zwischen die wände einem eigener truppert eliminiert die eine bombe haben sie komplett allein gelassen hat noch nicht mal die wand offen haben sie erst später aufgemacht da ein schärfer schon da war die waren noch voll in der vorbereitungsphase kannst du nicht stören abh Trumm. Diesmal aber Bombe. Oh. Da möchte jemand Geisel spielen. Hey. Ubisoft. Schickt uns jetzt los. Aha. Ein Franzose spielt. Ein Franzosen. Super. Das kann ja noch schief gehen. Schwingt gleich die weiße Flagge. Volles Vorurteil. Die Bomben schützen. Schildeinsatz. Achtung. Ein Bombenkrankung in Gefahr. Rad ist ausgelegt. Die Bombenkrankung in Gefahr. Ganz gesichert. In diesem Bereich ist ein AVS aktiv. Geht die Schuhe des AVS geraten. Zehn Sekunden. Fünf Sekunden noch. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf eindliche Aktionen vorbereiten. Setz die Bekommensmatte ein. Jetzt können sie kommen. Abwehrmittel eingesetzt. Benchy bereit. Aua. 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 Doch. Kommt jemand an. Unter der Kamera. Hocker. Haupt Galerie. Das gehört. was machst du denn früh sterben letzter verbleibende gegner da 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 nein komm mal kieger oh mist ist die grid in die matte gelarcht sie wurde vom jäger umgebracht im bereich sichern die bomben weiter schützen ich lege stachelbrand aus keine sorge mehr wegen der granate 10 sekunden die gegner haben eine bombe entdeckt zum angriff bereit machen der gegner hat eine bombe lokalisiert macht euch angriffsbereit abwehrmittel eingesetzt wenn sie bereit noch ist hier schon ich gucke mit bei dir in die tür ok da ist frei das jäger ich gucke bar tür war verletzt ich würde es tun nachladen eine hand über uns gab er bing Hast du in der Bahn einen Banshee? Ja, natürlich. Okay, ich glaube Fenster, Bar ist jemand. Nee, hier, Lounge kommt jemand an. Bar, Lounge, Fenster. Oh, das ist Ash. Oh, scheiße. Ah, ist drin. In der Bahn. Weniger als die Hälfte. Nur noch ein Gegner übrig. Bitte mit Jokai da gucken, wegen Ash. Ja, ist auch noch da, ist auch da. Scheiße. Ah. Kopf vorbei, geschossen. Wenn du gleich habt. Ach so. Aber wir haben gewonnen, ja. Man hätt's jetzt fast noch kriegen können, ey. Hm. Da hast du mal noch ein bisschen länger gelaufen gerade. Nee, das wär zu einfach. Was? Das wirkte eher wie am Kopf vorbeigeschossen von Ash. Ja, vorhin bei der anderen Tür, wo ich den Tisch hatte. Mit der Kontaktkanade? Ja, das sah so aus, als ich hab das erst gar nicht als Kopf gesehen, weil die da so komisch lag oder so, keine Ahnung. Nächste verletzt. Wir müssen eine Bombe aufschmüren. War die Wand aber noch nicht so weit auf, dass sie erst Kontaktgranate durchgehen konnten. Ne. Besseron. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Ist jemand am Atrium, da wo wir die Kamera mal kaputt machen? Ach, Nordtreppe, okay. Einsatz in 10 Sekunden. Die Grappschfrau, wie schön. Hallo. Noch 5 Sekunden. Ah. Gelangst zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer wurde erneut gesichert. Grappschfrau hab ich. Ihhh. Obst du totkommst? Oh, ein Lutscher. Entschuldigung. Geht er jetzt auch raus? Alter, ich hab's noch nicht mal richtig angevisiert und der war schon tot, ey. Setzen kommt ein. Ich geh mal hier runter. Plupp. Ja, dann ist auch raus. Ich bin jetzt ganz unten. Hier steht ein Schild an der Treppe. Kamera. Hinten hab ich im Floor. Richtung Geschäftsbüro. Soll ich ihn wegmachen, den Schild? Nö. Okay. Doch, ich hab's noch. Was? Durch die Wand geht der Annäherungssensor. Ja, fortkommst du. Toll. Toll. Hier ist eh keine Außenwand. Äh, keine Tür. Vogelzimmer ist sauber, da ist niemand drin. Ich entschärf hier mal. Die haben ja auch mit Holz zugemacht. Der Schild ist aktiviert. Beschützt ihn um jeden Preis. Der ist der Verbleibung. Der ist der Verbleibung. Ah, der ist hinten rum. Na, muss aber mal durch die Küche kommen. Er hat auch nicht mehr viel. Letzten 10, 15 HP'n. Ein eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Ich hab beide Maustassen zugleich gedrückt und der war tot, obwohl ich noch gar nicht richtig anvisiert hatte. Halbhüfte, Kopfschuss. Ja, es war so, ich hab den Rand vom Visier direkt vor ihm eigentlich, also war vom Visier eigentlich verdeckt. Hatte ich auch schon ein paar Mal. Und dann kriegst du schon das rote X. Ich hatte schon Bammel, dass mir die Abschraube durch die Lappen geht, aber ging ja nochmal gut. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.